Zwei Anschläge erschüttern den Iran. Im Parlament der Islamischen Republik und am Grab des Revolutionsführers Ayatollah Khomeini in Teheran eröffnen zwei Gruppen das Feuer. Einer sprengt sich dabei sogar in die Luft. Die Angreifer zielen dabei offenbar auf zwei Symbole der Islamischen Republik. Zuerst dringen bewaffnete Männer in das Parlament ein und eröffnen das Feuer auf die Sicherheitskräfte. Dabei stirbt ein Wachmann. Drei weitere werden verletzt. Sofort werden alle Zufahrtswege zum Parlament abgeriegelt. Parallel zum Angriff auf das Parlament verübt eine weitere Gruppe einen Anschlag auf das Mausoleum von Revolutionsführer Ayatollah Khomeini. Drei Männer eröffnen dabei das Feuer auf die Besucher der Gedenkstätte. Dabei werden mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt. Ein vierter Täter sprengt sich gegenüber vom Grab in die Luft. Eine weitere Selbstmordweste kann von den Wachleuten entschärft werden. Inzwischen ist auch bekannt, wer hinter den Attentat steckt. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamiert die Tat für sich.